Der Wahnsinn in den Dell-Playoffs geht weiter. Nachdem München und Augsburg bereits im ersten Spiel der Best-of-Seven-Serie 3 Overtimes brauchten, wiederholten sie den Thriller in Spiel 3. Der FC Bayern München Basketball musste ebenfalls zweimal in die Verlängerung, um den Sieg gegen Frankfurt zu holen. In der Nacht erreichte Dirk Nowitzki mit seinem 10.000-Defensiv-Rebound der Karriere seinen nächsten Meilenstein. Bei WrestleMania wurde Ronda Raussi übertöpelt. Der Hamburger SV trifft in der 2. Bundesliga auf den SC Magdeburg und will Anschluss an Tabellenführer Köln halten. Im DFB-Pokal wurde den Hanseaten ein Heimspiel gegen RB Leipzig zugelost. Sport 1 präsentiert zweimal am Tag das Wichtigste für ihren Sporttag zusammengefasst. Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit! Das ist passiert FA Cup FA Cup Drama. Watford im Finale der FC Watford rettet sich im Halbfinale des FA Cups in letzter Sekunde in die Verlängerung und bucht noch das Finale. Dort wartet jedoch eine extrem hohe Hürde. Zum Bericht in B.A. Nowitzki erreicht nächsten Meilenstein. Dirk Nowitzki greift sich beim Overtime-Thriller der Mavs gegen die Grizzlies den 10.000-Defensiv-Rebound der Karriere als erst fünfter Spieler aller Zeiten. Zum Bericht WWE, raus sie bei WrestleMania über Tölpel, zahlreiche Titelwechsel, spektakuläres Tanz und viele Überraschungsauftritte. Die WWE-Megashow WrestleMania 35 bot einiges. Zum Bericht DHB-Pokal, Gislassens perfekter Pokalabschieder THW Kiel weist im Pokalfinale Magdeburg in die Schranken und baut seinen Rekord aus. Für Alfred Gislason ist es der perfekte Abschied von der Pokalbühne. Zum Bericht Darts Clemens verpasst ersten PDC-Titel beim Players' Championship 10 in Barnsley marschiert Gabriel Clemens bis ins Finale. Aber auch im dritten Anlauf klappt es nicht mit dem ersten PDC-Titel. Zum Bericht La Liga, Sevillas Trainer Kaparos erkrankt, so Akin Kaparos ist schwer erkrankt. Der Coach des FC Sevilla will sich deshalb jedoch nicht von seiner Arbeit abhalten lassen. Zum Bericht Bundesliga, Hertha-Krise, Dardai wehrt sich nach der vierten Pleite in Folge, wächst die Unruhe bei Hertha BSC. Pall Dardai schießt gegen die Medien. Und Valentino Lazaros Kritik sorgt für Wirbel. Zum Bericht DFB-Pokal, Bayern im Pokal auswärts gefordert, der FC Bayern steht auf dem Weg ins DFB-Pokalfinale vor einer schweren Aufgabe. Der Rekordkampion muss im Halbfinale auswärts ran. Der HSV bekommt ein Heimspiel. Zum Bericht Dell, in Minute 104, Augsburg schlägt München. Die Augsburger Panther machen einen weiteren Schritt in Richtung Playoffe-Finale. Um Meister Red Bull München niederzuringen, benötigen sie drei Verlängerungen. Zum Bericht, das passiert heute, zweite Bundesliga, 28. Spieltag, Hamburger SV 1. FC Magdeburg der Hamburger SV ist ein bisschen unter Druck. Bei einer Niederlage wäre Tabellenführer Köln mit sechs Punkten Vorsprung und einem Spiel weniger wohl nicht mehr einzuholen. Allerdings braucht Magdeburg die Punkte dringend im Abstiegskampf. Ein spannendes Spiel ist also garantiert. 2. Bundesliga, 28. Spieltag, Hamburger SV 1. FC Magdeburg, ab 20.30 Uhr im Sport 1 Leiftika, dritte Liga, 32. Spieltag, SG Sonnenhof, Großasbach, TSV 1860 München zum Abschluss des 32. Spieltag müssen die Löwen nach Großasbach. Aktuell sind die Münchner nicht in Reichweite der Aufstiegsringe. Aber mit einem Sieg könnte man zumindest nochmal auf einen Ausrutscher der anderen Teams hoffen. 3. Liga, 32. Spieltag, SG Sonnenhof, Großasbach, TSV 1860 München, ab 19.00 Uhr im Sport 1 Leiftika, Premier League, 33. Spieltag, FC Chelsea, West Ham United, der FC Chelsea kämpft immer noch um die Champions League-Plätze, liegt aktuell aber nur auf Rang 5 der Tabelle. Daher zählen für die Blues nur drei Punkte gegen The Hamas. Premier League, 33. Spieltag, FC Chelsea, West Ham United, ab 21.00 Uhr im Sport 1 Leiftika, das müssen Sie heute sehen. Gual, das internationale Fußballmagazin, Gual, das internationale Fußballmagazin, gibt es die Highlights, die packendsten Duelle und schönsten Treffer aus den internationalen Ligen zu sehen. Gual, das internationale Fußballmagazin, ab 19.30 Uhr auf Sport 1 im Free-TV und Livestream, die Premier League Highlights, das Highlight-Magazin, der Premiere League auf Sport 1, auch in der neuen Spielzeit wird am Montagabend wieder, das englische Fußballwochenende mit allen Toren und den spektakulärsten Szenen ausführlich zusammengefasst. Premier League Highlights, ab 20.00 Uhr auf Sport 1 im Free-TV und Livestream, FC Bayern Insider, das Format FC Bayern Inside wird sowohl auf Sport 1 als auch auf FC Bayern.tv live ausgestrahlt. Hier stehen mal Personen rund um die Profimannschaft im Fokus, mal werden die Spieler abseits des Rasens porträtiert und exklusive Einblicke gewährt. . FC Bayern Insider, ab 21.15 Uhr auf Sport 1 im Free-TV und Livestream, das Videoschmankerl des Tagesinterview-Abbruch, Gladbach-Kutsch Dieter Hecking nach Spiel, Stinksauer, Gladbach-Trainer Dieter Hecking spricht auf der Pressekonferenz nach dem Römi gegen Bremen über das abgebrochene Interview kurz nach dem Spiel. .